dein handy hat höchstwahrscheinlich nur ein mikrofon eingang der sowohl ein kopfhörer ausgang als auch ein mikrofon eingang ist und dafür wurden diese drei poligen kabel entwickelt die sowohl stereo links und rechts abbilden als auch eine mono mikrofon spur ein professionelles mikrofon hat nur zwei dieser ringe für mikrofon links und rechts um so ein mikrofon an deinem handy zu nutzen brauchst du diesen kleinen adapter das ist ein trs adapter den du einfach in dein handy einsteckst und als nächstes mit einem mikrofon verbindest und schon kannst du pro level audio auf deinem handy aufnehmen